Musik Wir haben die Automatiktür nicht erfunden. Guten Morgen, ich habe einen Termin mit Herrn Grängelkötter. Ich lasse das Auto dort stehen. Wir können auch nicht verhindern, dass manchmal unvorhergesehene Dinge passieren. Wenn aber etwas passiert, sind wir zur Stelle. Denn mit unserem eingespielten Team sind wir in der Lage, in kürzester Zeit kundenspezifische Türsysteme herstellen zu können. Als Entwickler, Designer und Hersteller. Bei uns sind Sonderlösungen die Standardlösung. Von 9.000 Aufträgen jährlich sind knapp 90% kundenindividuell. Susmershausen ist das europäische Türenwerk von Dorma, von dem aus ganz Europa mit Automatiktüren beliefert wird. Zwischen 2012 und 2014 haben wir die jährliche Produktion mit aktuell rund 5000 ausgelieferten Türen fast verdoppelt. Das alles schaffen wir, weil wir fast alle Komponenten selbst herstellen. Mit absoluter Präzision und einem kleinen, aber hochqualifizierten und motivierten Team von momentan knapp 35 Mitarbeitern. Und mit unseren über 250 Service- und Montagetechnikern in Deutschland sorgen wir dafür, dass jede Tür sicher und zuverlässig funktioniert. Denn unser Engagement endet nicht beim Einbau. Endlich gibt's hier vernünftige Parkplätze. Endlich gibt's hier vernünftige Parkplätze.